Ach stimmt, das ist ne gute Mep gewesen, aaaah, ok, hallo, hallo, Karina? Es ist nicht der Doktor. Echt nicht? Nein. Natürlich. Das war der Ultra-Brizzler des Todes. Der Mega-Brizzler. Ich habe ein Verflugtes gefunden und der hat mich dabei gesehen, die es versucht zu machen, aber... Wo ist es? Äh, es ist oben. Wo oben? In einem Raum? Außerhalb von einem Raum? Ne, äh, ne, es ist unten. Entschuldigung, es ist unten. Boah! Links vom Ausgang, meine Güte, ich bin weit verfolgt und es ist alles laut. Jetzt werde ich nicht mehr verfolgt, glaube ich. Er verteidigt das auch ziemlich gut, das könnte alles mögliche sein. Nein, warum fängst du nicht nen Schlag auf? Echt? 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 Mega-Brizzler! Wurde es einmal geschockt. Das ist, dass du die Obsession bist. Was haben wir für Flüche bisher? Ich habe noch keinen entdeckt jetzt. Oh, er geht nach oben gerade. Doktor, ich gehe jetzt an das Totem ran. Boom. Ich weiß nicht, was es war. Hallo? Wo hier ein Jett ist? Was hat wir wollen? Hat er die zur Königin dabei? Ja. Da muss ich beruhigen, ja. Sonst scheiße die ganze Zeit. Ja. 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 Er ist so deutlich mittlerweile. Also, er kommt nicht zum Jen hier. Nee? Nee. Aber er ist oben. Er hat gerade hier oben den Jen kaputt gemacht. Was? Ich denke, aber spielst du, oder? Ich muss mich beruhigen. Kann ich heilen? Was? Vorsicht! Sagt ihr unten mit ihm? Ich finde keine Totems mehr. Habt ihr welche weggemacht? Er ist hinter Tinker her. Er hat übrigens eine verdeckte Opfergabe, Leute. Ich weiß. Du weißt? Ich hab's am Anfang gesagt. Ich hab's am Anfang gesagt. Sag mal. Sag mal aber nicht. Siehst du da? Slytherin kommt raus. Ja. Er töte dich. Verdeckte Opfergabe. Jetzt sie geröstet. Ich hab' ihn betäubt. Haha. Ah. Oh nee. Was? Ich hab' ihn. Oh shit. Das siehst du, wenn der Killer hinter dir ist, normalerweise. Und beim Doktor ist es so, wenn du das hast, kann es sein, dass er hinter dir ist, aber es kann auch sein, dass er nicht hinter dir ist. Ja. Alter Schöne, ey. Oh fuck ey. Überladen ist so eine ätzende Fähigkeit. Ist er oben oder ist er unten? Er war eben unten. Ich bin jetzt unten am Jam. Ich auch. Überladen in Kombination mit... Versetzter Fähigkeitscheck, ey. Was ist das denn? Ja, wirklich, ey. Er ist oben. Ok, ich mach' ja ne Tour auf, mal ganz kurz in den Fall. Immer noch oben. Ich schaff' den Fähigkeitscheck nicht. Er war eben gerade in meiner Nähe. Ich bin auch gerade zu blöd. Ich bin auch gerade zu blöd, die Dinger zu machen. Das ist so nervig. Ich schaff' das einfach nicht, wenn ich überladen machen muss. Er kommt zu mir. Und dann ist es irgendwo ein Bild. Ja. Will ich dir jetzt noch, äh, Dinge zu haben. Wer fies. Dass die Fähigkeitscheck ist, kleiner ist denn mit, wenn er in der Nähe ist oder so? Oder was? Ja ne, ich meine jetzt in dem Fall hier, äh, dass du es später hörst. Hier von der alten Jaulkante. Riesen, das Perk noch. Was war das denn da? Äh. Oh, hier wiegen die. Genau. Abscheid, jetzt ist der Weg. Äh, er ist unten, bei mir. Der Herr. Ja. Ich bin, äh, auf der gleichen Seite unten, Carina. Ich bin jetzt oben, ich bin jetzt oben, ich bin jetzt oben. Das erinnert ihr? Er ist noch hinter mir her, ja. Oder jetzt gerade nicht mehr, hat mich völlig verloren. Ja, er kommt zu mir, scheiße. Ja, er hat mich verloren, ja. Er macht den Gen kaputt vor sich, Carina. Er ist noch hinter einem von euch her? Nee, aber ich hab ganz laut Herzschlag, ich bin gerade unten. Ja, ich bin da oben. Ich konnte schon wieder nicht springen über diese scheiß Palette, das ist so ein Scheiß. Wenn du gebräselt wirst, kannst du nicht springen. Ja. Ah, ist das lästig. Ich schaff den Gen. Ich häng mir dann erstmal ab. Mein Gen war ein Drittel ungefähr. Er gelacht runter. Da müsste er bei meinem Gen sein. Ja. Ich hab Cedric. Ja, danke. Du musst dich erstmal beruhigen. Oh, come on, ey. Ah, ist bei mir, fuck. Oh, du bist genau unter mir, da weiß ich, wo der Gen ist. Ja, brauchst du gar nicht hin, der ist komplett auf dem Beginn. Ich geh die Treppe hoch. Uff, ich bin hier in der Ecke gewesen. Fuck. Ja. Ja, blöd, ne? Achtung. Ja. Karina, ich beruhig mich, dann bin ich bei dir. Ja. Ach. Ich bin in eine ganz andere Richtung, weil er guckt, ja, als ich auch tot. Und ich kann nicht mal was sehen. Iiii, wie die Beine gezuckelt haben. Danke. Pass auf, ich glaub, der kommt in deine Nähe. Oh, ich hab das Hallen verkackt, geil. Okay. Er ist da. Ah, es ist einnexsprung. Hihihihihi. Ja, fuck, weil er kommt zu mir. Macht mein Gen kaputt. er ist auf reingefallen wie geil die bist du noch da okay jetzt hat ich gesehen bist du unten und ich bin direkt an der luke vorbeigelaufen schon wieder fuck na ich muss jetzt hier langlaufen scheiß auf ja es ist in mir her und er hat was dabei dass das scheiß Dingsbums gesperrt ist ich bin auch über die Luke gelaufen ups und ich dann direkt neben ihm wie soll er mich nicht gesehen zur Hölle oh ne das ist eine Sackgasse fuck ich versuch von der Luke wegzulaufen ja oh und ich lauf nochmal direkt hin anstatt wegzulaufen läuft sie genau dahin schon wieder jetzt beeiligt jetzt beeilich jetzt renn aber hin tschüss wie ich ja nicht vorbeigelaufen bin ja ja tschüss oh ich glaube ich muss leiser sein ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020